willkommen zum what we eat in a day der freund und die freundin edition ungesund edition genau es ist früh am morgen das sieht man glaube ich der freundin an und was gibt es bei dir zu und wir sind übrigens typisch also ich bin fraktion kaffee und die freundin ist fraktion t und bei mir gibt es gurkentost mit frischkäse ich habe gleich vorlesung und natürlich darf da bei mir eine weitere tasse kaffee nicht fehlen ich weiß ich trinke eigentlich viel zu viel kaffee aber das ist jetzt hier mutgefug das ist immer so ein bisschen man wie der ausgleich dass ich nicht zu viel richtigen kaffee trinken tost butter käse tomate die freundin ist also ich kann ja von mir sagen ich bin kein freund von marzipan die freundin schon die schmatzt mir jetzt gerade mit marzipan dufts ohr voll das sieht gut aus das lassen wir uns jetzt schmecken ich habe gerade die freundin erwischt die tüte hat gerasselt knusper snack pfeffer ich habe es genau gehört aber ich koste jetzt was ich koste jetzt mal das zeug hier die freundin trinkt das zeug hier sieht gut aus Bis zum nächsten Mal.